Liebe Flammkuchenfreunde, heute eine neue Folge mit Rolf Domet und der lieben Tina. Wir legen gleich los. Eine neue Variation. Wir nehmen heute was vegetarisches, besser gesagt veganes. Eine Bärlauch-Pesto, natürlich ohne Parmesan. Wir streichen ihn auf einen Midi-Flammkuchen. Schön an den Rand. Lässt sich schön verteilen. Ich brauche das so. Damit wir auch was von Bärlauch schmecken. Mal eine ganz andere Optik. Sieht aus wie ein Rasen, Fußballplatz. Das ist in deinem Midi. Wir belegen ihn mit ein paar Champignons natürlich. Schön verteilen. Wir haben ein paar Kirschtomaten. Wir haben ein paar Pinienkerne. Die getrockneten Tonnen sind hinten. Genau. Ganz nach Belieben, was der Kühlschrank hergibt, was den Bauch verlangt. Belegen, was wir euch zeigen, sind nur Inspirationen. Et voila, ab in den Ofen. Ok. Bei ca. 290 Grad Unter- und Oberhitze, am besten auf einem Schamottstein gebacken für drei Minuten, ist er fertig. Raus mit. Ok. Hier geht's, Rättchen. So. Und jetzt einmal mehr durch. Zack. Nach Belieben etwas frischen Pfeffer. Et voila. Guten Appetit. Bon Appetit. Schönen Grünen. Nicht nur gesund, sondern auch lecker. Genau. Ja. So. Schönen Feuer. Untertitelung des ZDF, 2020